guten morgen ein großes poli kätzchen guck nicht so böse du guckst ganz schön böse zeig mal wie deine foto aussieht zeig mal selber nicht böse ich glaube das ist sogar die falsche wie sieht die foto aus zeig mal das die falsche foto ja entschuldigung wollte ja nicht wehtun will nur sehen wie sie aussieht oh ja da da sehe ich was warte warte obwohl er sieht doch schon besser aus als gestern ist schon wieder am verheilen na gut na gut das sieht viel besser aus als gestern gestern sah es richtig schlimm aus ok jetzt jetzt macht aber nichts kaputt lasst du lass es verheilen nein 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 wir weichen da nichts mehr auf das soll schön verheilen okay wir haben gestern noch mal desinfektionsspray drauf gemacht ja mein kätzchen wo ist dein bruder wieso schläft er nicht bei uns im zimmer so wie du weißt du auch nicht mehr erst frühstück dann raus nein frühstück erst dann raus ja das verstanden nein nein also apollo hat es verstanden guck er ist ganz ruhig du kleiner frechdachs ja ja du du bist ein kleiner frechdachs erst frühstück nein 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 ich habe doch nein gesagt wir gehen später raus ok ja ja kosmos wieder auf der suche nach spielzeug na was hat er sich da ausgesucht was hat er sich ausgesucht die spiral hat er gleich zwei hast du gleich zwei geholt eins für dich eins für apollo ja soll ich dir werfen gleich wenn du fertig bist mit jucken ne ok soll ich werfen ok mache ich ja ist ja gut ich werfe jetzt aber erst muss ich sie auseinanderfriemeln ok seid ihr bereit hm tja kosmos du bist zu langsam diesmal hier ist deine Katzi wir frühstücken gerade wir frühstücken wir können jetzt nicht spielen noch nicht rausgehen ja dein frühstück steht da geh und iss warte doch mal ja warte doch mal ein bisschen doch übertreib doch nicht so lass uns zu ende essen dann können wir raus ok wo ist apollo wo ist dein bruder da hinten ja ist ja gut wir gehen bald 5 minuten raus ja ich bereite doch schon alles vor ja ist ja gut ich beeile mich ich beeile mich doch ja mach ich ja mach ich komm her komm her ja 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 setz dich bitte ja ich beeile mich doch schon fertig wir gehen jetzt ja versprochen komm komm die Tür ist auf na los ja ja brauchst du keine Angst haben los los ja ja geht's ja 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 ich kann ihn dir nicht holen ich weiß es ist auch ziemlich kalt nein du gehst nicht den vogel selber holen αι wie lachen ja ja Mittagsschlaf? Sieht ganz so aus, ne? Wo ist Apollo? Ist der schon wieder abgehauen?